hardcore 5 2,05 so also wir haben einmal kurz auf unseren leitstand haben glaube ich schon ziemlich viel jetzt mittlerweile erreicht wir haben auch den haben wir den schon an den vierer muss man aber noch hersteller das heißt wir brauchen osmiumstab jetzt mal das blaue iridium, iridiumstab osmiumstab Wasser, nein Magnet, nein Wasser aber das ist einmal das hier ich glaube ein Explosionsding so das haben wir so jetzt nehmen wir uns was zu fudern und was zu trinken noch mit bevor wir draussen vertusten 1 2 hier müsste sein es müsste oben sein Tröhnchen Tröhnchen so die Linger passen auch alle wo ist mein komisches Tierheim das wäre eins können wir da irgendwie alle drüben oder so 2 2 3 4 eigentlich müssten es ja mehr sein ich habe mich schon da sind Borschis da sind Schmetterlinge ich auch schon ok aber die haben wir dann alle jetzt schon angefasst so die Sache ist was brauchen wir dann jetzt eigentlich überhaupt noch wir haben hier 21,59% für Säugetiere wir bräuchten halt eigentlich mehr Insekten damit wir das hier auch freischalten wofür das auch immer ist weil das haben wir fertig jetzt 2,25 und wir könnten halt mehr Wärme produzieren was haben wir denn sonst noch für Insektenproduktionen 1490 stimmt also machen wir es nicht einfach so dass wir jetzt noch einfach ein paar Raketen in die Luft jagen das ist die Karte das wären Insekten ne dafür brauche ich Bienen jetzt würden wir ja alles hinfliegen hier auch irgendwo hundertprozentig diese das ist das heißt wir brauchen auf jeden Fall noch Bärme Produktionen bei mir und Luftdruck bei mir Drei Iridiumstäbe Dreimal Explosion Dreimal Das kriegt man ja hin Das kriegt man glaube ich hin Eins, zwei, drei Eins, zwei Drei Eins, zwei, drei Dann hätten wir drei Stück Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Dann hätten wir drei Stück Dann brauchen wir Neunmal Schwarzpulver Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Dann können wir nochmal Zwei Superlegierungen und ein Aus dem Start Neun Vielleicht sogar noch mal Dann dürften wir das eigentlich Damit dazu packen Das ist ein Das ist ein Das ist ein Drei 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 1, 2 1, 2, hier noch etwas Okay, voll in die Basement flogen Der Punkt ist, sind wir denn jetzt deutlich schneller oder irgendwas? Ist hier kein Unterschied gerade Was haben wir denn sonst noch? Insekten Das ist halt mehr Pflanzen Ich glaube davon haben wir auch mehrere schon aufgestellt Insekten 12, Tiere 2 Insekten 93 Das ist bis jetzt das meiste was ich davon gesehen habe Insekten 93 Insekten 445 Insekten Insekten 73 Die ganzen 600 noch was Dann werden scheinbar diese Bienenstöcke sein, die wir da Bienenstock 2 Übermaß Erzeugt Bienen und Honiglarven Erzeugt Honig und Bienenlarven So Und dafür brauchen wir halt Bienenlarve Baumrinde, Dünger 2 Und Biokunststofflumpen So Biokunststofflumpen Dünger 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Dann Die Larven haben wir unten 1, 2, 3, 4, 5 Und Baumrinde Haben wir Glaube ich oben Pilzsamen Äh Null Grünersamen Baumrinde 1, 2, 3, 4, 5 Da haben wir aber auch noch ein bisschen Platz 3 Dann kommen nochmal 3 Dann 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 kommt Biokunststoff 1, 2, 3 Dann nochmal 2 1, 2, 3 Dann brauchen wir noch die Bienenlarven Bienen 1, 2, 3 Das passt Und jetzt nehmen wir das 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 So Jetzt haben wir hier so ein kleines Bienenparadies Und jetzt sollten wir halt am besten die Insekten auch nochmal pushen Durch eine Rakete würde ich sagen Oder durch ein paar Raketen Und dafür brauchen wir 3 Bienenlarven 1 Osmium Äh Mutagen 2 Und Rakete Mutagen 2 Osmium Äh Mutagen 2 Osmium 2 Osmium 2 Osmium Stab 2 Osmium 2 1 2 3 4 5 Raketen machen wir mal Dann kommt Osmium Stab 1 2 3 4 5 Dann brauchen wir die Triebwerke Die Triebwerke 1 2 3 4 5 Und jetzt brauchen wir Bienen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 Wir schafft das, falls es alles klappt. Also ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich da durchliebe. Nein, zum Glück nicht. Okay, Insekten haben wir jetzt. Ist aber trotzdem halt immer noch ziemlich langsam, oder? Das ist hier jetzt halt schnell von der Biomasse her. Wobei auch das sollten wir eigentlich viel schneller hinfliegen, Biomasse technisch. Also wir könnten rein theoretisch halt nochmal hier so ein weites Gebäude für Tiere aufstellen. Was haben wir denn sonst noch eigentlich, was wir hier gerade machen können? Also wir können das Ganze halt entweder über Wärme, über Luftdruck auch ändern. Was ist bei uns da eigentlich gerade so der Vorreiter? Ich glaube Sauerstoff hat am meisten, oder? Und Sauerstoff ist das mit diesen Bäumchen, die wir aufgestellt haben. Also hier diese Baumverteiler Stufe 3. Hm. Weil was für mich halt ziemlich langsam geht, ist halt wirklich diese TTI. Das ist jetzt gerade wirklich nur noch grobes Warten. Dass es dann ist. Ich bin mir gerade noch sehr unklar darüber, wie wir das Ganze halt schneller machen können. Weil Futter haben die tausend, tausend, tausend Multiplier. Und wir kriegen halt jetzt hier auch sehr gut genetische Merkmale, indem wir die einfach anstreicheln. Auch noch. Dann hier das Große, das ist minus 0,1 Multiplikator 2.000. Wachstum 47%. Okay, du bist ausgewachsen scheinbar. Bis kurz.